Moin Moin und Herzlich Willkommen zurück zu Redguard. Ja, wir können aber auch mal hier die Leute auch noch mal abbesuchen. Hier in der Jafar, da hatten wir eh keine Optionen mehr gehabt, nachdem wir... Aber hier, wir hatten doch auch noch einen Kartebraten da. Die können wir auch mal quatschen, würde ich sagen. So, und dann mal gucken, ob wir da auch noch Dialoge kriegen oder zu Felicia gehen. Siona, können wir mal quatschen. Hier, Maiko, können wir mal quatschen. Vielleicht weiß er irgendwie auch, wo wir die Dinger finden müssen. Hallo, Maiko. Hallo, Cyrus. Was kann ich für dich tun? Äh, Frostmichai? Was sprechen die Leute hier über die Stadt? Die Stadt. Die Gouverneur. Die Gouverneur. Die Gouverneur. Ich versuche nicht zu sein, in all diese Probleme. Ich habe mehr als genug Furcht in meinem Leben gesehen. Ich möchte nur die letzten Tage arbeiten mit meinen Schrauben. Hm? Gouverneur. Die Leben unter dem Gouverneur Imperium ist so schwer? Ich habe gesagt, ich wollte nicht sprechen von solchen Dingen. Die Gouverneur? Ich habe gehört, dass dein basement benutzt als Gouverneur. Wirklich? Wie? Wie ist das? Ich schreibe die Gouverneur an ein paar Locale Lads. Sie sind quiet. Sie sind immer auf der Zeit. Ich kann nicht erinnern, dass sie etwas illegal ist. Okay, Locale Lads. Diese Locale Lads. Sie haben Namen? Sie haben noch nie gesagt. Vielleicht sollte man sie nach unten fragen und fragen sie sich selbst. Flasken. Hast du nie gehört von der Flasken von Lelandru? Hunding's Bones? Of course, ich habe. Treasurer Hunters kommen hier von all over Tamriel. Digging und poking around interminably. Sie sagen, es gibt ein Treasurer Map floating around hier irgendwo, aber ich glaube nicht. Treasurer Map? Warum nicht? Wie kann ich diese Kaverne finden? Das ist die Frage, nicht wahr? Dwarven Runes? Ich weiß nicht, dass du sie auf deinem Kommercial Map findest. Das ist ein echtes Mysterium für dich. Dwarven Runes? Ich erzähle mich mehr über diese Dwarven Runes. Ein bisschen mehr famous als die Kaverne. Aber wenn es nicht über Elf ist, niemand geht. Eine der großen Mysterien der Welt ist die Dwarven. Aber es ist die Flasken von Lelandru? Die Flasken von Lelandru? Die Flasken von Lelandru? Die Dwarven? Ich weiß nicht viel über Dwarven. Ich habe immer gedacht, sie waren mythische Kreaturen. Siehst du was ich meine? Nicht mythen. Real. Wie real als Sten und Metall. Wer glaubst du die Ruins? Alles weg. Tausende Jahre vor. Niemand weiß warum. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Was sprechen wir wieder? Ich versuche noch mal eine Map. Sorry, ich verkaufe nicht Retail. Kontraste nur Arbeit. Aber vielleicht kann ich dir eine Map machen? für dich? Elven Artefakt Book? Okay. Ich wundere, ob du davon etwas machen kannst. Diese sehen wie Mapnotationen für mich. Lass mich mal sehen. Oh, verdammter Hölle. Das wieder. Jeferd muss diese Annotation von Elven Artefakten 10 Mal verholt haben. Und sie enden immer hier. Kannst du mir eine Map machen? Wie sagen sie? Warum ist alle so verrückt, über das Elven Träse verloren? Entschuldigung, aber ich bin Angst, dass ich heute zu beschäftigt bin. Äh... Nevermind. Nähme deinen Preis. Ich bin bereit, für die Map. Handsome. Nähme deinen Preis. Persistent, eh? Sperr. Wenn du mir das Buch gibst, werde ich es für dich. Eine letzte Zeit, freiwillig. Zumindest dann, werde ich es nie wieder sehen. Äh... Ja, okay, komm. Den Buch brauchen wir. Klingt gut. Wann wird die Map bereit sein? Ich komme zurück in ein bisschen Zeit. Ich werde sehen, was ich davon machen kann. Ah, okay. Wir müssen warten. Wir müssen warten. Ähm... Michael hat entschieden, zu machen, zu machen die Mapnotationen aus dem Buch Elven Artefakten. Aber in Rückzug hat Michael das Buch behauptet. Michael sagt, zu kommen zurück in ein bisschen Zeit für die Map. Also wir haben das jetzt nicht im Inventar, oder wie? Aber dafür sind wir das... äh... das Buch... das Buch losgeworden. Okay. Hat uns doch was gebracht, bei ihm zu sein. Das war jetzt einfach nur so zum Ausprobieren. Ich sehe gerade, ich habe den Grease Screen falsch eingestellt. Muss ich mal nachher machen. Ich bin hier... äh... Teilweise... durchsichtig. da... äh... flimmerts... oh... weg. So, hier gehen wir auch nochmal rein. Vielleicht weiß, äh... Flischer auch noch irgendwie mehr was dazu. Wir suchen ja... ein paar Teile von nur einer Karte. So, wie viele Gold haben wir denn überhaupt? 29 Gold. Hallo Felicia. Hallo wieder. Hallo wieder. Solgen. Was wissen Sie über Solgen? Was wissen Sie über Solgen, Felicia? Hm... nichts. Warum fragst du? Ich denke, Sie wissen. Sie sind lieb. Bitte, Felicia. Ich denke, Sie wissen, warum ich frage. Azar hat kurz nachdem die Solgen aus der Sie sind lieb. Ich denke, Sie haben sie hier mitgebracht. Sie lieb. Sie lieb. Sie lieb. Sie lieb. Ich erzähle Sie es. Sie sind gefährlich, dass der Empire die Guilden unterbinden, wenn wir helfen, die Kräuter zu helfen. Ich bin kein Kräuter, wenn Zara meine Frau ist. Okay. Ihre Frau kam hier mit der Solgen. Sie war främmlich und hat gesagt, zu einer der Upper Kabale zu sprechen. Sie war gefährlich, und sie brauchte die Prinz der Torre so schnell wie möglich. Sie war erinnert, die Prinz zurück. Was glauben Sie, die Solgen war für? Eine Keepfache ihrer verloren Liebe? Look, Archmage Voa put a Torre soul into the Gem to save him from the Empire. See? Somehow, the Wrath of Luke got their hands on it and were using it to rally supporters to win the Kingdom back. Anyway, Izara got tired of waiting around for this attack to happen, so she swiped the Gem and came here to get things done. But, since the Archmage was killed in the battle, there was no one left with enough power to restore the Prince. Izara was terrified. Then, one of our members, an acolyte named Johto, decided he would try to help her and find another way to restore the Prince. Did it work? Yeah, Prince of Torre's behind you right now making funny faces. No, it didn't work. Izara was here night and day doing research with Johto pulling over scrolls and spell books to find some clue that would help them. But, the Empire must have caught on. A dark elf came to talk to Jaggenvere one day and the next thing you know, Johto is thrown into the city jail for treason against the Empire. What happened to Izara? I don't know if she got away or she was caught along with Johto or what. He's the only one who could tell you that and he's riding away in the cell. Not for long. You're crazy if you think you're gonna break into the city jail. No, the Empire had... Silence! What? Would you have the Empire put the whole of the guild in chains? Speaking of this is strictly forbidden. Back off, Sparkly. I was just leaving. I have everything I wanted to know. You're not leaving until I'm sure you'll never speak a word of what you've learned. And I have a perfect and most satisfying means of ensuring your discretion. What? 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 What did he do I have done? What? 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 I'm so sorry. I'm going to attack now. wie geil ist das denn boah geil okay das speichern so okay und was was stand da jetzt die greifen uns auf jeden fall nicht mehr an lucia says the restless league had obtained a soul gem containing prince atos soul and was using it to rally supporters but izara impatient with the delay stole the soul gem and brought it to the maids guide looking for help a guide member an acolyte named gyoto agreed to help izara research a way to use the soul gem to restore the prince then after a dark elf came to speak with archmage juggernevere yoto was arrested and jailed for treason against the empire felicia doesn't know what happened to izara but says yoto is the only one who can tell me and he is locked away in jail archmage juggernevere surprises felicia telling about izara yoto and the soul gem juggernevere cast an enchantment turning me into a gremden to keep me from revealing this information to anyone okay also muss ich irgendwie hier zum zum äh zum gefängnis also das hat jetzt aber tausend jahre gedauert bis er springt so ich drücke jetzt und jetzt hat er erst gesprungen ich drücke wieder jetzt und jetzt hat er gesprungen das sind tausend jahre die er da irgendwie braucht zu springen warte mal da oben sieht es aus als wäre das ein weg kann ich da so hoch springen ok warte ah ok da haben wir einen eingang und wir sind drin wo muss ich überhaupt hin ich habe keine ahnung was jetzt auf mich zukommt was jetzt passiert wir sind jetzt aber im gefängnis was an st an 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 und Ah ok. Ah, ich habe hier etwas gefunden. Ja, wer will da nicht hin? Funktioniert nicht ganz. Funktioniert nicht. Ne, da kommen wir nicht durch. So, suchen wir uns einen anderen Weg. Hier haben wir noch nicht viel. Ich finde aber lustig, wie wir hier brechend sind. Ok, aber die tun uns nichts. Hier geht es auch noch mal weiter nach oben. Ah, ok. Hier gibt es Heiltränke, die wir alle noch nutzen können. Aber ich habe keinen Plan, wo ich jetzt hin muss. Ich finde das super gerade. Sind wir ein kleiner Gremlin? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube wir müssen doch schon da hoch. Nur es steckt irgendwie fest. Und die Ware tut uns nichts. So. Und hier nochmal. Ne, hier ist auch zu. Ok. Und nochmal runter. Hier haben wir eine leere Zelle. Hier ist auch nochmal eine leere Zelle. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Schönen. Ja. Ja. Ja! Ich bin. Ich bin. Das bedeutet nichts für Giotto. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Jotto nicht versteht. Ja! Entschuldigung, Jotto kann nicht versteht. Ja! Ja! Was? Uh. Ja! 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 Das bedeutet nichts für Jotto. Ja! 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 Äh, dann so? Ja! Entschuldigung, Jotto kann nicht versteht. Äh... Ja! 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 Das bedeutet nichts für Jotto. Ja! 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 Giotto versteht mich nicht. Sorry, Giotto kann dich nicht verstehen. Was ist Giotto? Können wir noch mal von vorne anfangen? Warte mal, was? Giotto versteht mich. Sorry, Giotto kann dich nicht verstehen. Giotto versteht mich. Giotto versteht mich. Giotto versteht mich. Was heißt Giotto? Giotto versteht mich. Was? Was heißt Giotto? Sorry, Giotto kann dich nicht verstehen. Giotto versteht mich. What? Das bedeutet nichts für Giotto. Ich brauche keine Hilfe. Giotto versteht mich nicht. Ich? Ich? Das bedeutet nichts für Giotto. Was muss ich hier machen? Giotto versteht mich nicht. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Du willst etwas von Giotto? Das war ich. Entschuldigung, Giotto kann dich nicht verstehen. Ich? 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 Ich hab. Ichушки. Das bedeutet nichts für Giotto. Ich Barn hineinf Oscar. Ich leve mich nicht verstehen. 4 Wörter können wir insgesamt machen. Isara war back. Das war glaube ich me. Ne, das war Yalu. Yalu! Mi! Dis mean nothing to Giotto! Sooo, hört mal. Yalu! Mi! Ge! Giotto doesn't understand! Und dann... Yalu! Mi! Ge! Fuck! Okay, also me? 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 Inge? Das bedeutet nichts für Giotto. Me? Inge? Me? Inge? Me? Giotto versteht das nicht. Das war jetzt falsch. So. Ich bin gleich wieder da. Ich versuche mal rauszufinden. Beziehungsweise hol mir einen Stift und Papier jetzt her. Und schreibe mir mal auf, was jedes einzelne Wort hier heißt. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt Stift und Papier hier. Dann kann ich mir das mal aufschreiben, was der jetzt genau sagt. Ja? So, erstes Wort war Held. Held, Yalu. So, zweites Wort war Please. So, probieren wir auch mal aus. Was heißt Giotto? Jail? Okay, dann Jail. Jail heißt Wii. Und Magic? Inch. Okay, also Jalu, Mi, Bat, Jail, Wii und Inch sind die Worte. Das heißt, wir müssen irgendwie ausprobieren... Winch... Vielleicht Winch Mi Back? So, also Jail, Magic, Please und Isara in der Reihenfolge. You want something from Giotto? So, warte mal, das war... Pain? Wee! This means nothing to Giotto. Wee! Inch! Giotto doesn't understand. Äh... Dann... Mi? Wee! Inch! Mi! Sorry, Joto can't understand you. Und dann so? Wee! 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 Ne? Okay. Das funktioniert nicht. Dann... Wee! 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 ich dachte gerade nicht okay dann ich überlege mir da noch mal warte ich versuche ein bisschen was aus und vielleicht wird das für euch dann gleich einfach nur ein katz sein ich probiere jetzt einfach ein bisschen aus so das könnte jetzt ewig dauern bis gleich dann machen wir das mal vielleicht das bedeutet nichts für Giotto so Giotto versteht mich nicht dann... einmal... das Giotto versteht mich Entschuldigung, Giotto kann ich dich nicht verstehen so dann vielleicht das jetzt Giotto versteht mich nicht Was? Oh, Giotto siehst Joggleville's favorite little trick Ah, jetzt hat's geklappt Okay, dann für euch war das jetzt wahrscheinlich nur ein kleiner katz War jetzt fünf Minuten damit beschäftigt So, das waren jetzt fünf Minuten, wo ich einfach irgendwie was ausprobiert habe Was? Thank you I'm Cyrus Ward! Isara's brother! Yes, yes, and I'm here because I'm told you can help me find Isara Well, yes, like your sister, Cyrus knows where to find trouble How did you get here? And can you get Giotto out? Maybe, but keys are a problem And I have a much better chance of getting out of here by myself Yes, Giotto sees the problem But I swear I'll get you out of here if you'll help me find Isara Yes, Giotto thinks Necromancer has Isara How could that be? Isara asked Giotto for help to use his magic to restore Prince Ator from Soul Gem Giotto could not, and Giotto knows no other a guild can help Giotto knows only one sorcerer can do this thing Nagasta, powerful Necromancer So you sent her there? No, 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 Giotto not stupid Giotto warned sister, no trust dark warn Nagasta Powerful yes is Nagasta, but wicked soul stealer, old and evil But Isara would not listen? No, she is your sister, you know, and she loves the Prince, so she must try So Giotto tells her, Giotto knows the precaution, protection against wicked Nagasta The precaution didn't work? No, poor Isara, no patience, Giotto tells her, Flask of Nelandril, old, old elven magic, here on this island But where? Flask has lost many, many years, so we search and search, but few clues, so slow, Isara can't wait We find one thing, one piece of map, I think it shows where to look, but just one piece So she abandoned any hopes of finding the Flask, and went to the Necromancers anywhere? Yes, I think, but Giotto keeps looking, and Giotto finds other piece of map But before Giotto can show it, Isara is gone, and Imperials they find Giotto, and stick him here But Giotto still has map, he hides it from guards, here, I show you Oh, there is already Take this, find Flask, then go to Nagasta, find Isara, there, I think Eh, a piece of card, okay You talked, my cat Okay, that was with him Er... warte mal Jetzt eben ganz schnell ein Safe-Game Eh, no, so Und noch mal zurück. Okay. Yo, Alter. Yo. Ganz schnell. Alter. Kann ich den jetzt irgendwie... Alter, das wird's. Alter, das werden wir verkacken. Yo, ein Schaden haben wir gemacht. Alter, wie stark ist der? Da war's. Da war's gerade. Ja, ab in die Zelle mit dir. Wieso treffe ich den nicht? Okay, dann alles klar. In der nächsten Folge machen wir weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020